Sobald sich IT-Abteilungen in Richtung New IP weiterentwickeln, wächst der Druck, Kosten zu senken und wettbewerbsfähiger zu werden. Aufgrund von Mobile, Social, Cloud und Big Data müssen Netzwerke anders aufgebaut und Anwendungen anders bereitgestellt werden. Um wettbewerbsfähig zu sein, braucht Ihr Rechenzentrum eine moderne Infrastruktur, die Geschäftsprozesse beschleunigt und Bereitstellungszeiten verkürzt. Zu den Schlüsselelementen von New IP und modernen Rechenzentren gehören stabile, sichere und leistungsstarke Anwendungen als Teil einer dynamischen, gemeinsam genutzten Infrastruktur, die Kosten senkt und Ressourcen optimal einsetzt und gleichzeitig Geschäftsprozesse rationalisiert. Heute unterstützen Application Delivery Controller oder ADCs diese Modernisierung des Rechenzentrums. Sie bieten eine dynamische Services-Plattform, die Virtualisierungstechnologien unterstützt und die Geschäftsprozesse durch Cloud Services beschleunigt. ADCs wurden entsprechend der Transformation der Rechenzentren entwickelt. Am Anfang stand statisches Load Balancing. Die nächste Stufe war die On-Demand-Bereitstellung von Anwendungen. Heute steht mit ADC-SA-Service eine flexiblere Plattform für ADCs zur Verfügung. Zur ersten Stufe der Modernisierung gehören der Umstieg auf die On-Demand-Bereitstellung von Anwendungen und die Migration zu einer hybriden Unternehmensarchitektur. Dabei ist eine softwaredefinierte Bereitstellung der Anwendungen ebenso entscheidend, wie die Möglichkeit der Definition von Service-Templates und der Einsatz virtueller, gebündelter Technologien für Enterprise Clouds. Auf ihrem Weg von der On-Demand-Bereitstellung von Anwendungen hin zu ADC-SA-Service können Sie damit beginnen, wirklich flexible Services zur Verfügung zu stellen, die auf die Workloads der Anwendungen reagieren. Dies ermöglicht Ihnen die vollständige Automatisierung und Steuerung der Anwendungen. Der Einsatz der ADCs nach Bedarf und die gemeinsame Nutzung der Ressourcen verbessern den ROI. Für welchen Weg Sie sich auch entscheiden, Brocade kann ihn verkürzen. Sie können sich für eine skalierbare Software-Only-Lösung entscheiden, die in Ihre vorhandene Architektur integriert wird. Sie können virtuelle oder cloudbasierte ADCs in unternehmenseigene oder Public Cloud-Technologien integrieren. Oder Sie wählen eine integrierte Lösung, die sowohl Mandantenfähigkeit und Clustering für sehr grosse Rechenzentren unterstützt. Die ADC-SA-Service-Lösung von Brocade ermöglicht dank der Kapazitätsplanung auf Unternehmensebene und ihrem automatisierten Service-Management eine echte Transformation des Unternehmens. Üblicherweise bedeutet dies eine zehnmal schnellere Bereitstellung und einen um bis zu 90 Prozent höheren ROI. Der Brocade Services Director bietet eine vollständige ADC-SA-Service-Lösung und ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihrer ADC-Services je nach Bedarf. Das Shared Services-Modell senkt die Gesamtkosten und erhöht den ROI mit sofortiger Aktivierung dedizierter ADCs und Service-Templates für wirklich flexible Services innerhalb einer virtuellen Services-Plattform. Wenn Sie mehr über die ADC-SA-Service-Lösungen von Brocade und den Brocade Service Director erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer Website unter brocade.com forward slash ADC-AAS. Bis zum nächsten Mal.